Ich tausche jetzt seine Keule gegen meine Keule. Bye bye Kyle! Krass man, ich hab seine Rüstung jetzt am Start, ne? Ich kann mir seine Schuhe nehmen. I want your boots and your motorcycle. Uh! Wir alles dabei, harte Banggood! Hey, Kenners, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu The Last Day on Earth. Das Halloween-Update ist da. Man kann jetzt anstatt Karotten Kürbisse... farmen. Und die Kürbisse dann hier reinpacken. Und daraus wird dann Kürbis... ...Suppe. Ist das nicht was? Das ist schon wirklich ein enormes Update. Ich dachte mir, ich werde ein bisschen das Haus aufbauen. Ich hab gestern bei Hershey Let's Play gesehen, dass er sein Haus echt ultramäßig aufbedazzelt hat. Da ist ja meins wirklich... Also ich leb ja wie ein Penner eigentlich. Ich hab ja noch nicht mal Wände. Letztes Mal hab ich gesagt, die sind nicht so wichtig. Ich denke, die sind auch nicht wichtig, eigentlich. Aber was vielleicht dann doch nochmal mit dazugehört zum Haus, ist Kleidung. Und Kleidung hab ich ja auch irgendwie nie am Start. Und da sollte ich dann doch mal gucken, dass ich da ein bisschen aufgrade. Ein bisschen upgraden. Was ist denn gerade die beste Kleidung, die ich machen kann? Das ist hier unten diese Ultrakluft. Fellschuhe. Hab ich nicht. Okay. Was ist das hier? Das kann ich wiederum... Kann ich, glaub ich, herstellen. Nee, dicker Stoff muss ich erst herstellen, ne? Ich hab diesen kleinen Stoff. Den kann ich sicherlich... Kann mit anderen Kleidungsmaterialien vernäht werden. Ja gut, aber dafür brauch ich bestimmt so eine Nähebank. Die findet man... Wo ist sie? Esstisch. Ach Gott. Da haben wir doch den Schneidertisch. Mensch, der ist ja fast am Anfang. Dann bauen wir den mal. Was machen wir hier überhaupt noch? Hallo? Die da zack. Die haben mir nämlich damals gefehlt, als ich ihn ganz am Anfang bauen wollte, weil ich alles hier in den Chopper reingesteckt hab. Aber da fehlt mir immer noch so viel. So sieht's nämlich aus. Jetzt noch ein paar Kieferbretter. Verstehst? Und schon kümmert das Ding Krafte. Fertig. Tsching. Guck ihn dir an, wie er Durst hat. Ja, dann trink halt noch was. So, Nutzer. Jetzt ist aber gut. Jetzt muss er gleich wieder strullen. Nee, nee. Dann platzieren wir mal diesen Schneidertisch. Drehen um und machen hier hin. Guck mal, da. Geht nicht. Den muss ich auf Bodenstufe 2 platzieren. Da muss meine Hodenstufe 2 sein. Jetzt hat er auch noch Hunger. Ja, fasst du mich grad? Ich glaub, es wird einfach mal Zeit, dass ich hier diesen gesamten Boden mal eben auslege. So, bumm. Zack, lacker, mother. Okay, und schon sind meine Ressis da. Also, ich hätte noch genug, aber ich, äh... Ich weiß auch nicht. Wenn die Sachen nicht wichtig sind in dem Spiel, dann leg ich da irgendwie überhaupt keinen Wert drauf. Also, so irgendwas auszubauen oder... So wie auch bei Rüstung. Wenn die Rüstung nur gut aussieht, aber mir nichts bringt, dann hol ich mir die eigentlich auch nicht. Was kann ich hier machen? Da kann ich... Jawoll, sehr schön. Gut. Das hab ich mir schon immer gewünscht, denn ich hab so unglaublich viel von diesem Scheiß. Und wisst ihr, was ich schon mal schade find? Was mir an dem Spiel nicht gut gefällt? Man kann diese Währung, die man sich auch kaufen kann, kann man, soweit ich weiß, nicht im Spiel sammeln. So wie es zum Beispiel bei The Walking Dead der Fall ist. Da haben sie es vielleicht sogar echt ein bisschen zu ihrem Nachteil balancet, weil da kannst du ja, ähm, unglaublich viel sammeln. Du könntest damit theoretisch reich werden, wenn du dir Sachen verkaufen könntest. Und hier kommt man, glaube ich, genau null an diese Geschichte. Ach, Inbox, da ist die. Wer rechnet denn damit, dass die Inbox hier ist? Ich hab bei diesem blöden Schiff ein paar mal Sachen bekommen. Was ist, wenn ich auf neben drücke? Wo hab ich das dann? Im Inventar. Ein Super! Ein Super! Ja, bei dem Schiff kann man Boxen bekommen und die Sachen sind dann irgendwie in der Inbox. Und ich dachte, gut, vielleicht kann ich irgendwann einen Briefkasten bauen oder so. Ja, dann nehmen wir das alles mal. Was ist hier überhaupt los? Ne neue Glock! Ne neue! Wasser! Ähm, Mitz! Damit das jetzt nicht so wie ich... Oh Gott, damit sehe ich irgendwie krebskrank aus. So nicht. So schon. Naja, egal. Dann könnte ich jetzt theoretisch auch eine Glock mitnehmen von denen her. Komm, dann nehme ich die mal mit. Falls ihr euch fragt, was ich jetzt mit dem Schiff meine, da unten. Da ist es schon wieder, das Schiff. Da gehe ich jetzt direkt hin. Halt, habe ich alles? Ja. Und da könnt ihr kostenlos drei so Kisten oder halt so Dinge aufmachen. Container. Sie werden schneller entdeckt, wenn sie im Auto fahren oder laufen. Was? Im Auto laufen? What the fuck? So, das ist weg. Komm her. Boom. Boom. Verschlechte mich. Oh, schi. Alles. Oh, die machen ja gar kein Damage, weil ich eine Rüstung anhab. Ich hau die alle mit einem Mal um. Jetzt sind diese Pflanzenfasern auch endlich wieder was wert. Die ganze Zeit habe ich sie gesammelt und wusste, dass ich damit irgendwann was machen kann. Aber ich hatte den Schneidertisch einfach noch nicht. Mit der Rüstung kann ich jetzt eigentlich auch wirklich mal Richtung Ding gehen hier. Wieder in den Bunker rein. Da war ich schon mal. Ich kam auch ganz gut klar, aber es war dann doch irgendwann echt hart, weil ich aber auch nicht genug Essen dabei hatte. Das war dann schwierig. Ich habe immer mit Essen gegeizt. Das muss ich auch noch machen. Einfach eine zweite verschissene Farm. Ich weiß gar nicht, warum ich nur eine habe. Ich war bei Hashi unterwegs und habe mir seine, also ich habe mir seine Video angeschaut mit seiner Basis und er hatte irgendwie zwei Farben. Ich dachte so, klar, warum mache ich das nicht auch? Bin ich? So, ja, ich möchte diese Container öffnen. In jedem Container finden Sie ein normales Objekt und einige seltene, wenn Sie Glück haben. So eine Minigun wäre natürlich schon. Also öffnen. Komm mal, nun her, du. Wir bekommen das Schwert. Sehr schön. Nächster. Und die Sachen kommen alle in der Inbox zu uns. Und Ultrakolben. Auch nicht schlecht. Okay, bin ich dabei. Jetzt nehme ich noch die Minigun, dann passt das. Läuft bei uns. Egal. Und jetzt kann man sich irgendwas kaufen. Hallo? Fünf weitere. Okay, raus. Okay, wir machen mal direkt oder wir schauen mal direkt, was so ein Beet kostet. So gut wie nichts. Stöcke und Pflanzenfasern. Da habe ich sogar genug. Ich habe das, ich kann das schon machen. Nein, ich stehe. Wisst ihr, was? Ich mache noch eins. Man kann nur maximal zwei machen. Ist halt was, mein Gott. Er ist sich wieder total am Einkacken hier. Kann ich hier am Schneider-Tisch vielleicht Pflanzenfasern hineinschütteln? Rennen doch nicht da drum rum. Okay, das ist gleich fertig. Wir gehen noch kurz in die Inbox und holen diese Hosen, der Verbandskasse, das hier und das hier. Kann mir eigentlich jetzt jemand die Frage beantworten, ob Leute einem was klauen können, wenn es dumm läuft? Also können die hier in die Basis gehen und einfach meinen Scheiß leer räumen? Ich brauche eine eigene Waffenkiste jetzt mal mittlerweile hier. Bin die Papstischweißermütze, aha. So, dann machen wir mal so eine Hardcore-Truhe. Die kommt hier hin. Und das ist die Waffentruhe. Krass, ich glaube, ich war noch nie so gut ausgerüstet. Was kann man denn jetzt hier noch an Schuhen machen? Was sind gerade die aktuellen Schuhe da unten? Nichts, die haben wir gesagt, aber hier. Müsste doch gehen. Ja, das geht auf jeden Fall. Also an sich kann ich die alle schon mal freischalten, weil das dann in Zukunft meine Rüstung wird, die ich versuche grundsätzlich zu tragen. Dafür darf ich aber nicht vergessen, dass ich hier noch das Eisen vorbereite. Sehr gut, 16 Stück. Okay. Da hatte ich wohl noch einiges hier auf dem Gerbholz gehabt. Dann nehme ich aber auch alleine schon wieder hier das ganze Metall, das ich habe. Ich brenne hier drin eh gerade wieder neues aus dem Schrott. Und verwandle das direkt in die Metallplatten, weil im späteren Verlauf braucht man das normale Metall, denke ich, so gut wie gar nicht mehr. Und was das Ganze wichtig ist, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen farme. Was jetzt gerade wieder etwas leer geht, ist das Holz. Das benötige ich ja auch im Moment für sehr viele Dinge hier, um das Essen herzustellen und so weiter und so fort. Deswegen mache ich mir jetzt auch mal wieder eine Axt, um einfach in Zukunft so ein bisschen Holz hacken zu können. Ach, wisst ihr was? Ich hatte die Grafik noch auf Lowbob, deswegen sah das einfach noch nicht so richtig geil aus. Oh, ist es ein Event? Da muss ich hin. Cha-ching, cha-ching. Schnell, da muss ich unbedingt hin. Für diese Tageszeit sind Zombies besonders lästig. Also in der Nacht. Na, er muss wieder was essen und da muss er wieder kacken. Ja klar, natürlich. Schön. Ich habe es zum Glück noch nie gehabt, dass ich in einem Fight oder in einem bevorstehenden Fight irgendwie dann pinkeln musste, aber es kann ja echt passieren in dem Spiel, ne? Also jetzt ohne Witz. Oh, Zähne, alles klar. Ja, da ist der Drop. Guck mal hier. Fast wie bei PUBG. Oh, fuck! Da kann er... Nein, nein, hör auf. Oh, du bist ein Drecksack. Nein! Das ist ein mittelstarker Gegner. Hier, der Knilch. Okay, aber jetzt kann ich in Ruhe öffnen. Hier können natürlich auch Spieler unterwegs sein, die dieses Angebot auch gesehen haben. Was gibt es denn da? Okay. Naja. Ich nehme mal alles mit, aber ultra besonders ist es jetzt auch nicht. Wobei ich dann doch irgendwas droppen sollte, um jetzt noch Holz sammeln zu können. Wo ich schon mal da bin, weißt du? Inventarvollen, ja, ich weiß. Farbe ist echt nicht wichtig, oder? Ich glaube, damit kann man echt nur Dinge bunt machen. Ich werfe mal die blaue Farbe weg. Und habe noch ein bisschen Holz. Baufeld! Oh, wacht! Bin der Spieler! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Aber ich gewinne. Trotzdem esse ich schon mal eine ganz kleine Kleinigkeit. Komm, noch eine Kleinigkeit. Bye, bye, Kyle! Krass, Mann! Ich habe seine Rüstung jetzt am Start, ne? Ich kann mir seine Schuhe nehmen. I want you to boot and you to motorcycle! Wir alles dabei, hat der Banggood! Er hat diese Schildwaffe dabei. Guck mal, 45? 30. Pfff! 30! Willst du mich damit beleidigen, oder was, Kyle? Na gut, die Schuhe nehme ich natürlich mit. Ist logisch. Ziehe ich direkt an, dann habe ich den Platz wieder frei. Oh, yeah! Keine kalten Füße! Und weiter geht's! Das ist schon echt nice und in diesem Fall habe ich auch schon oft... Oh, nicht genügend Inventar. Wir wollen sehr viel Holz. Was kann ich weglegen? Na gut, dann lege ich die andere Farbe auch noch weg. Ja, in so einem Fall zücke ich halt manchmal auch eine Waffe, die ich dann hier auf dem zweiten Slot liegen habe. Die habe ich jetzt gerade nicht da liegen. Aber das ist halt richtig nice, wenn ein Spieler auf dich zukommt und glaubt, er kann dich ummachen, weil du vielleicht auch gerade weniger Leben hast, dann ziehst du die Pistole und er ist weg. Und höchstwahrscheinlich kommen wir hier mit 40 Kiefernholzstückchen zurück und dann kann ich da vorneweg wieder 20 Bretter draus machen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ein weiterer Spieler, der auf Auto geschaltet ist, bis er die gleichen Knüppelgeschichten hat wie ich. Aha. Na gut, muss ich jetzt mein Essen aufbrauchen. Cha-ching, cha-ching, na-na-na-na. Hey. Wer geht mit seinem Spieler komplett frei, also ohne... Ich verstehe es nicht. Ich tausche jetzt seine Keule gegen meine Keule. Ja, wer lässt seine Figur einfach so rennen? Er heilt sich ja nicht von alleine. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, die einfach so rennen zu lassen, weil, ja, die automatische Heilung gibt es nicht, soweit ich weiß. Das heißt, dein Spieler stirbt dann einfach. Und ich würde auch fast sagen, auf jeden Fall, weil die Zombies dich ja auch schon killen. Die Berger bringen ja immer so ein bisschen noch was zu trinken mit, das ist gut. Und man kann sie für Medizin benutzen, das heißt, ich nehme sie alle. Wer kommt da hinter mir, okay? Oh. Oh, je. Hat das eben gelesen? Eine Dusche ist sinnvoll. Schusswaffen sind laut und erregen oder wünschte Aufmerksamkeit? Oh. Da gehe ich halt mal duschen, habe ich schon direkt Wasser dabei? Nee, typisch, typisch für mich. Eine Water. Eine Water. Man verbraucht beim Duschen immer zwei Wasser, aber bekommt natürlich die Flaschen dennoch zurück. Also ich glaube, Wasserprobleme sollte man nie bekommen, wenn man ein, zwei, drei von diesen PET-Flaschen findet. Der ist gar nicht nackt, der hat auch eine Unterbuchse. Damit die besorgten Eltern wissen, hier wird keine nur die, 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 die gezeigt. Und da bin ich für heute soweit auch fertig. Ich gucke, dass ich meine Putze verbessere oder halt beziehungsweise überhaupt mal aufbaue. Die ist ja eigentlich gar nicht vorhanden. Aber ich bin jetzt auch nicht so versessen drauf, ein Riesenhaus zu bauen. Fuck, aber ich brauche mehr von diesen verschissenen Truhen. Jetzt fange ich halt einfach an, hier das Zeug reinzulegen. Was ist denn das? Verletzt niemanden mehr. Besuchen Sie den Händler, um den Gegenstand für etwas Wertvolles zu tauschen. Gut, gut. Na, das mache ich doch glatt. Aber nicht in dieser Folge. Hier sind wir soweit fertig. Ihr könnt mir ja nochmal bezüglich des Hauses eure Meinung schreiben, also ob ich es upgraden soll, also mit Wänden und so richtige Räume machen oder ob ich es einfach so lassen soll. Also ich denke, von der Funktion her sind wahrscheinlich Wände eher schlecht, weil, weil ich dagegen laufe. Ich kann nicht einfach so frei über meine Platte hier drüber laufen. Aber falls ihr wisst, ob mir die Wände irgendwas bringen, dann sagt mir es bitte und dann mache ich natürlich auch welche. Aber wenn es wirklich nur optisch ist, dann würde ich nur welche bauen, wenn ihr sagt, mach doch bitte ein schönes Haus. Ich arbeite natürlich stark auf den Funkturm hin, damit man dann hier Clan und hin und her machen kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.